... dass wir uns in einer Lebenslüge sehr bequem eingerichtet haben. Und diese Lebenslüge heißt eben, wir sind die Guten, wir sind die Edeln, wir sind die Hilfreichen. Und die Wirklichkeit ist anders. Ich glaube, dass wir im Westen die Welt nicht erobert haben durch die Großartigkeit unserer Ideen, die Großartigkeit unserer Werte, die Großartigkeit unserer Religion, sondern dadurch, dass wir viel gnadenloser Gewalt angewendet haben. Als andere. Und wenn ich jetzt noch ein Stückchen ernster werden darf, es waren ja keine Muslime, die auf Kreuzzügen 4 Millionen Menschen massakriert haben. Es waren keine Muslime, die im Kolonialismus 50 Millionen Menschen umgebracht haben. Und es waren auch keine Muslime, die den Ersten und den Zweiten Weltkrieg mit 70 Millionen Toten angefangen haben. Und es waren keine Muslime, die 6 Millionen Juden umgebracht haben, sondern es war die Gewalttätigkeit der westlichen Welt.